Out of Sea Simulator Sein oder nicht sollen, das ist hier die Frage Kapitel 1 Entschuldigung Entschuldigung Also Ja Rein traumtechnisch hätte ich jetzt gesagt Ich mach das mal da Okay Ich hatte jetzt schon befürchtet, dass jetzt irgendwie Musik angeht Ähm Ein Spiegel, ein Spiegel Wir können uns schon wieder nicht sehen Gemeinheit Ist aber nie alles drin Das ist eine kaputte Dose Will you marry me? Ach, das sind Erinnerungsstücke Ja, ich vermute mal Die sie behalten hat Oder er vielleicht Nein? Hallo Das sind auf jeden Fall ihre Ohrringe Auch wenn das gerade so groß ist Als ob es Handschellen sind Vor Alice Und schon kaputt Ja, super 1980 Hä? 9.13.? Auf jeden Fall 1980 Ein Tag Äh, ein Tag Ein Jahr vor meiner Geburt Er konnte sie nicht dabei unterstützen Heißt das, dass sie sich getrennt haben Dass sie gar nicht tot ist Das kann natürlich auch bedeuten Und dass sie dann das Kind mitgenommen hat Oh ja, bei dem Bündel Nehme ich auch gerne Auch wenn es amerikanische Dollar sind Kann ich ja Kann ich ja noch um Äh Tauschen lassen Aber anhand des Traums Hätte ich jetzt eher gesagt Dass sie gestorben ist Also so wirklich Hundertprozentig Wird sich jetzt momentan Noch nicht so erklärt Ich kann mir allerdings Gut vorstellen Dass diese ganzen Dass diese ganzen Psychoprobleme Die er hat Dass das Darauf beruht Wegen dem Was er erlebt hat Ah, ist auf jeden Fall Ordentlich der Kerl Zumindest In seinen Ja gut Hier jetzt nicht so Ich wollte gerade sagen Zumindest in seinem Schrank Also der Rest ist nicht so ordentlich Na gut Ich sehe hier nicht allzu viel drin Weil das so Ja, ein bisschen mehr wäre besser Tabletten im Badezimmer Wo ist denn das Badezimmer? War das die Tür hier? Ist das nicht die Ausgangstür? Ah ne, hier hinten ist noch einer Badezimmer Aber er nimmt doch immer zwei Pillen Ich will jetzt erst die Toilette benutzen Oder zumachen Ich bin mir nicht sicher Hier ist es Hier ist es Hier ist es Hier ist es Was ist das? Charlotte Graves? Oh, oh Gott, I'm sorry. I didn't recognize you. I thought... I thought it was worth calling. It's okay. I hate it when work calls me at home, too. How is everything? We haven't talked since... You know? Well, there are good days and there are bad days. What can I say? At least I can hide away at work. Well, you always were the most comfortable in the dissecting room. Listen, I have an unusual request. Okay, how can I help? It's nothing serious. I just wanted to ask... Do you have any pictures of Alice? Maybe one where the two of us are together? I'd love to have something to remind me of her. I guess... I'm not sure. I'll look through her things. Thank you. I'm sorry to trouble you in this. All this can't be easy for you. I'll get through it somehow. I've been meaning to sort through her stuff for a while. Have you asked Steven if he has anything? Yes. I spoke with him this morning. He said he gave everything to their mother and that I should ask you. I see. Jack? I know you're trying. That you cope somehow. Steven's there for you. Although... Well... We all know how he can be. But, um... I mean, if you wanted to reminisce about Alice... Talk? I really should go now. I overslept. I'm late for work and... And I still have some errands to run on the way. Oh. Okay. Sure. Sorry to keep you. I'll look for something and send it over. Thanks for the call. And bye. Oh! Do you have my address? Um... Not on hand. You'd best remind me again. 292 Browning Lane. Apartment 432. Johnson City, New York. 13790. Got it. Thanks. Thank you. It would mean a lot to me. Just miss her so much. Yeah. Me too. And that's okay. Really. No problem. Thank you. Take care, Jack. You too, Charlotte. It was nice to hear you. Okay. Das beantwortet dann jetzt noch die letzten Zweifel, die ich jetzt hatte. Also, sie ist wirklich gestorben. Okay. Ich weiß, das soll jetzt gruselig wirken, aber da das jetzt gerade kam, nachdem er an Alice das gedacht hat. Habe ich gedacht, vielleicht gibt es jetzt hier irgendwie so ein Flashback an seine, ja, Frau, sag ich mal. Das gefiel ihr nicht. Wo kann ich denn Fotos generell finden? Also außer die, die an der Wand hängen. Die wird er wahrscheinlich jetzt nicht abgeben wollen, nehme ich mal an. Hier sind... Naja, das ist kein Foto, okay? Okay. Äh... On the downside, you're getting old. On the plus side. Unlike me, you won't start going... Going bald? Happy birthday. Okay. Okay. Das ist ein sehr schönes Bild, aber ich denke mal nicht, dass er das verschicken will. Das könnten Fotos sein, aber da sagt er jetzt nichts. Tja. Also anscheinend hat sie auch nicht gearbeitet, oder wir haben jetzt sehr früh, ich weiß nicht, ich sehe... Achso, 10 nach 10. Okay, wir haben wirklich nicht viel Zeit. Schmerzhafte Erinnerungen. Untersuche mindestens fünf Gegenstände, die mit Alice zu tun haben. Oh, okay. Äh, das dürfte ich dann sein. Aber man darf mich ja nicht sehen. Ist ja nicht so, als ob ich selber wüsste, wie ich aussehe. Das ist ein sehr altes Bild anscheinend. Hm. Kassetten können wir nicht benutzen. Also ich sehe hier zig Bilder, aber... Hallo? Ist das auf der anderen Seite? Zeigt der mir das hier an, oder ist das ein Bug? Äh, das könnte sie vielleicht sein. Ich weiß nicht, so kleine, komische Kinder. So. Ja, da zeigt er das nämlich auch von der anderen Seite alles an. Hm. War das das hier vielleicht? Okay, hat sie mit uns im Labor gearbeitet vielleicht? Weil sie scheint ja irgendwie Ärztin oder so zu sein, ich weiß es nicht. Vielleicht im Labor irgendwie. Okay, das sind wahrscheinlich welche aus der anderen Seite. Und ein Umschlag. Ja. Ach, wenn ich schräg da dran stehe, dann kann ich das aufheben. Ja, das ist doch doof. Muss ich dann auch schräg an den anderen Sachen dran stehen, ja? Moment, probieren wir das nochmal kurz? Also das haben wir ja angeguckt. Ne, ich denke mal, das ist tatsächlich das, was jetzt von der anderen Seite war. Aber das ist so ein bisschen, äh, ja, blöd gemacht wegen dem Aufheben. Wo soll ich denn jetzt hier bitte noch weitere Fotos herkriegen? Ich habe doch jetzt schon alles angeklickt, was ich jetzt hier hatte. Äh. Also irgendwie diese, 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 ähm, nicht Duschkabine, wie nennt sich das, äh, Duschvorhänge, die sind schon irgendwie gruselig. Hier kann man auch nichts öffnen und nichts. Hm. Ah, das ist nicht euer Ernst. Finde ein Foto. Ja, toll. Wo soll ich denn hier ein Foto finden? Der lässt mich hier ja nichts aufheben oder einsammeln oder so. Das darf ich auch wieder nicht aufheben? Alter. Das hatte ich, glaube ich, schon mal aufgehoben, oder? Wieso kann ich das denn jetzt nicht mehr aufheben? Hier ist aber kein, da sind die Ohrringe. Ich hätte gerne den Brief. Oh, warte mal. Ah. Würde ich sagen, nehmen wir noch das. Okay. 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 Foto haben wir, aber wo kriegen wir jetzt einen Umschlag her? Ach, jetzt kann ich ihn endlich nehmen. Okay. Oh, das hat jetzt auch nur eine halbe Ewigkeit gedauert. Okay. Wirf den Brief in den Briefkasten. In welchem Briefkasten? Wir haben doch hier dringend keinen Briefkasten. Wollt ihr mich veräppeln? Das ist doch nicht schlimm. So wie das hier aussieht, macht das nichts. Space Adventure, okay. Hallöchen. Sowas hängt... Ist das jetzt... Das ist aber nicht alles sein Haus, oder? Das ist doch hier das Treppenhaus. Wer hängt denn sowas ins Treppenhaus? Oder so ein Scheiß. Äh, hallo? Hilfe, lass mich hier raus. Soll wahrscheinlich für die gemütliche Atmosphäre sorgen. Äh, ja. Das ist immer ganz toll. Sollen wir eventuell den Aufzug mal versuchen zu nehmen? Ich bin mir nicht sicher, ob wir das sollen. Da hinten ist offen. Oh, Moment. Ach, sag bloß, meine Arbeit ist direkt da drunter. Äh, das würde dann das Treppenhaus allerdings erklären. Oh, das ist... Oh, das ist... Das ist kompliziert, die Dinger hier so anzuklicken, dass man es auch benutzen kann. Und da ist noch Alkohol drin. Na gut. Ah, in dem Briefkasten. Da würde ich wahrscheinlich rauskommen. Oder soll ich das... Das sind doch unsere Briefkästen. Ja. 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 Also man sieht, die deutsche Übersetzung ist wunderbar gelungen. Ich verstehe absolut jedes Wort. Out of Service. Gucken wir da später auch noch dran. Wo ist denn hier in diesem ganzen Müllhaufen der Briefkasten? Briefkasten da hinten, glaube ich. Wo lebe ich denn bitte hier? Hä? Hallo? War da irgendwas? Ist ja eine rumgelaufen oder was? Woher soll ich jetzt wissen, welches Auto meins ist? Hm. Ah, das ist meins. Ah, das ist meins. Es ist eine Totenhalle, ne? Da ist es immer friedlich. Geh ins Büro. Das ist nicht das Büro, das ist der Autopsie-Raum. Nein, da war, glaube ich, das Büro. Hallo? Stoppe den kalten Luftzug. Wer braucht frische Luft? Äh, was hat er gesagt? Die Mailbox abrufen. Ja. 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 Da war ein Bericht, das war einer, die auch, glaube ich, bei Superstar oder The Voice oder irgendwas drin war. Vorher, glaube ich, schon auf YouTube ziemlich bekannt war und ein Fan, in Anführungszeichen, ist dann zu irgendeinem Treffen gegangen und hat dann gemerkt, dass, also er hat immer gedacht, dass er der Einzige ist, sozusagen. Und hat dann natürlich schnell gemerkt, dass er halt nur ein Fan ist und mit ihr persönlich nichts zu tun hat und hat sie dann wohl umgebracht. Okay, also entweder war sie schwanger oder sie wollte wirklich einen Entzug machen, das kann natürlich sein. Na gut, das heißt nichts. During the interrogation, a friend of the deceased admitted that Samantha never got to grips with the sudden fame that came after winning such a high-profile talent show. After her first album became a commercial success, she was hit with the creative drought. She suffered panic attacks and severe sleep problems. Drugs and medication came into play. The deceased was found in our own apartment, in a semi-recumbent position on an armchair. Large quantities of alcohol and empty packets of sleeping pills were also found in the apartment. Hmm. Well, let's see what's settled this matter. As you can see, the body is fully clothed. Therefore, before we move on to photographic documentation, we must remove the clothes. This time, we don't have to focus on the clothes too much. However, there are cases where a clothing analysis can lead to the cause of death. Ei, ei, ei. Ich muss aber sagen, mir fallen jetzt schon einige Sachen auf. Okay, now we can continue with the examination. Again, begin by taking photographs of the cadaver. I guarantee that over time it will cease being embarrassing for you. First, we photograph the whole body. And now, any suspicious looking marks or wounds. Das war nämlich auch mein Gedanke. Sie ist wahnsinnig mager auch. Echt jetzt? Was ist denn das? Ein schwarzer Zehn? Ja, das ist, glaube ich, besser, wenn man das von der anderen Seite fotografieren. Durch das Zensierte sieht man nicht mehr viel. Du bekommst nicht solche Brüse von einer normalen Kondition. Ein paar, die wir hier in den Augen haben müssen. Befestige die Fotos... Ach ja, genau, das war das. Ich meine, man macht das jetzt zum zweiten Mal, aber ich überlege natürlich trotzdem, was war jetzt der nächste Schritt. So, Fotos. Adoption. Untersuche die verdächtigen Stellen mit der Lupe. Das war hier drin. Das war hier drin. Zum Zeits, ich bin ein bisschen spieler. Man hat ein bisschen mehr vorgestellt. Two, mehr. Suche ist, dass jemand... Er... Nichts стал... Er... Er... Der Herrintner? Das war hier drin. Also... Undecided. Durch ein inneres Problem? Ich dachte jetzt äußere Gewalt anwirken. Und hier ist etwas interessant. Die Haut des Gehörten ist mit numerous Blistern. Einige von ihnen ruptiert. Andere haben noch ein Fluidresidue. Hmm. Mehr numerous Blistern. Es gibt hier die gefundenen Stellen. Klemmenbrettschiff. Also wir haben einmal den Fuß. Es ist schwer zu haben, die Blistern zu haben. Aber die Zahl der Blistern ist wahrscheinlich eine Sache von barbituriert. In generell, solche Blistern meistens erscheinen in der Fall von mechanischen Blistern. Aber, wegen der Platz der Blistern, diese sollte man excluded. Die größte Chance der Blistern ist die höhere Schmerz. Die höhere Konzentration der Barbituriert in der Körper. Currently, es ist schwierig zu sagen, ob die Blistern sind die Blistern, oder ob es eine Art des Blütsifizienz gegeben hat. Begrund der Behandlung des Krankheitskrankes ist es schwierig, welche die Behandlung der Behandlung der Behandlung der Behandlung der Brüten oder die Reaktion des Ziele. Auf der Behandlung des Krankheitskrankes können wir beherbergre Furos Verzeichnen, dass die Behandlung der Behandlung der Behandlung der Behandlung sein ist, U-Baddozers U-Baddozers Ich habe vorher noch keine gesehen. UV-Lampe, UV-Lampe, es müsste... Ich weiß nicht, ob die jetzt so eine längliche UV-Lampe haben. Ach, Moment, oder habe ich das wieder als Werkzeug drin? Das kann natürlich auch sein. Moment, Moment. Moment, äh... Ach, doch, da drin. Was soll ich denn jetzt genau finden? Fingerabdrücke oder was? No, empty, without marks. The left hand seems to be fine. No marks. Right hand clean. Moment. Also, führe die Rigor Mortis-Untersuchung durch. Ich habe vergessen, was das jetzt schon wieder war. Ach so, das war das mit dem Handhofheben. Genau. Hallo? Ach so, ich musste selber mit hochheben, okay. Ja, komm. Darf nicht zu weit... Ja, ist ja okay. Ich darf nicht zu weit nach oben. Ich habe es schon verstanden. Wille das Skalpell. Hallo? Schneidest du jetzt hier mal? Das darf ich nicht mehr, oder was? Doch, jetzt... Aber hier scheint irgendwie Blut drin zu sein. Ich weiß es nicht. Wähle die Astschere. Was ist die? Was haben wir hier? Oder eher... Was haben wir hier nicht? Es gibt sicherlich keinen Sinn der internen Blutung. Manchmal, um die Blutung zu verhindern, ist es nicht viel zu tun. Meine Wunderschöne war immer in die Furniture. Sie gingen in die Türfraben. Das ist ein Wunder, dass sie nie etwas verbringt. Na, wer läuft denn diesmal rum? Keine gruselige Gestalt hier. Benutze die Zentrifuge. Müssen wir die immer gleich einstellen? Das ist jetzt die Frage. Gib die Proben. Wir haben zwei, glaube ich, nur gehabt, ne? Ne, drei hat... Achso, klar, am Auge hatten wir auch noch. Achso. Ja, anscheinend nimmt man immer das Gleiche. Also 15 Minuten... Oh, das war die falsche Taste. 15 Minuten und 70 Prozent. Zack. Will er aber nicht. Das ist doch 20 Minuten jetzt. Ah, ne, rechten Maus, das ist nicht Winke. Na, flackert das Licht jetzt wieder? Natürlich flackert das nicht wieder. Mr. Ridley! Mr. Ridley! Ah, wo ist er? Die Fusen brauchen zu resetten. Fuck es. Ich werde es mir selbst tun. Ich versuche, es gab ein Flashlight hier. Mein eigenes, aber vertrautiges Zentrifuge. Ja, super! Leute, ich sehe hier gerade gar nichts. Äh... Äh... Ja, so... Ja, toll. Dann ist das... Wie soll ich denn jetzt hier irgendwas sehen? F und L kann ich auch nicht benutzen als Flash... Also als Taschendampe? Überprüfe die Sicherung im Laderaum... Moment, da ist die Tür. Ich komme hier gar nicht mal gerade aus. Da kommt doch jetzt sicher irgendeiner. Labor. Badroom, Office... Lagerraum mal irgendwo ganz am Ende. Äh... Whatever. Ich weiß, wo die Wäsche sind. Hier? Ist das jetzt richtig? Ich sehe hier überhaupt gar nichts gerade. Ich glaube, ich kann mich auch gerade gar nicht bewegen, oder? Weil irgendwie hoppelt das hier so komisch. Alter, bin ich jetzt im... Ne, im Bad bin ich aber vorbei, oder? Das sieht mir so aus, dass ich im Bad bin. Ich kann überhaupt nichts sehen. Ich muss mal eben die Roller runter machen. Vielleicht sehe ich dann einigermaßen was. Aber auch nicht, ne. Äh... Moment, da hinten blinkt was. Hier habe ich so komische rote Streifen. Ich kann hier gerade überhaupt nichts... Wo muss ich da hin? Das ist anscheinend ein Fenster. Bin ich jetzt aus Versehen zurück und ins Büro gelaufen? Ich habe absolut keine Ahnung. Was ist das hier für ein Schrott? Also für ein... Für ein Schrottgebäude. Bin ich jetzt wieder draußen? Ich bin wieder draußen. Oh, super. Hä? Ich war doch am Ende. Oder ist da hinten... Jetzt bin ich verwirrt. Das scheint der Lagerraum zu sein. Ah, hier. Ah, hier. First the right. And then the left. And voila. Zuerst rechts. Stelle die Stromzufuhr wieder her. Okay? Kehre zurück zur Adoption. Farben. Hier war ich schon mal drin, oder? Ja, klar. Hier habe ich doch die Fotokamera geholt. Moment, wo bin ich denn jetzt? Äh... Badroom. Sollen wir uns unsere Tabletten vielleicht vorher noch holen? Oh, für fuck's sake. Can't I work in peace? Ja, ja. Ich bin ja da. Ich bin ja da. Ich bin ja da. Jack Handman speaking. Easy. Warum so rude? Steve? Sorry, man. This place is falling apart. And Ridley won't even lift a finger to help. You just can't work here. Did the centrifuge strip the fuses again? Yeah. Eventually, everything's gonna go up in smoke. Hehe. Hey, look on the bright side. It's a freak remation with your autopsy. Jesus, stop it. That shit pisses me off. Okay, sorry, Jack. Anyway, I'm calling to ask how the autopsy's going. Soon there'll be journalists snipping around for info, so we best be ready. I'll whiz through this in a couple of hours. It doesn't look like a complicated case to me. More of a formality. The report will be available in the morning. Sounds great. Thanks. Phew. How's your head? Well, my head seems better than yours. Not the way to work. Holy fuck. Jack, turn on the radio. What? What's happening? Quiet. A three-car police convoy was involved in an accident near Pete's Bay Bridge while transporting prisoners to Orleans Parish Prison. At the moment, we do not know the exact number of victims or whether any of the convicts escaped. However, the scale of the accident indicates a large number of victims, possibly even fatal ones. Police are on their way to investigate the incident and secure the area. We know that the injured prisoners are on death row. The police were to transport them to their execution, which was to take place tomorrow morning. Many of them are very dangerous criminals. We will report on the matter on an ongoing basis, so stay tuned with us. What? What? Um... Steven, was Red Pete one of the passengers? He was, wasn't he? What if he survived? Jack, I have to go. You want me on the side. What if he survived? I gotta go. Talk to you later, okay? Fuck. Ich befürchte mal nicht, oder damit soll jetzt Angst aufgebaut werden. Das kann natürlich auch sein. Die Frage ist jetzt, ist das der Kerl, der seine Frau umgebracht hat vielleicht? Oder, ja, hat er irgendwie Angst vor ihm, weil er denkt, dass er ihn umbringen wird? Jetzt nimm deine Tabletten. Sei kein Baby. Nimm nichts, was passiert ist. Christ, äh, ich muss zurück zu arbeiten. Nehmen die Proben aus dem Rotor. Ja, ja, genau, wir waren bei der Zentrifuge. Geht's noch? Alter, kann man das irgendwie abstellen? Boah. Ich platziere die Proben in das, wie in das Gestell. Hä? Ich dachte, die waren schon fertig. Hallo, in welches Gestell? Ja, ich weiß, ich weiß. Ich suche das Gestell. Ist das jetzt ein Bug, oder? Weil ich habe gehört, es soll wohl auch ein bisschen Buggy sein, das Spiel. Ich wüsste jetzt nicht, was für ein Gestell man hier sonst nehmen soll. Ich meine, wo ist denn hier? Ah, ein Raum, den wir vorher noch nicht gesehen haben. Den haben wir... Der war doch out of order, oder? Nimm die Pipette und stelle sie so ein, dass sie 5 Milligramm Flüssigkeit... Achso, hier die... Einstellen. Und wie stelle ich das ein? 5 Milliliter. Heißt das, das sind schon 5 Milliliter, oder was? Sauglocke bewegen. Habe ich gedacht. Achso, hier oben. So. So. Dass sie 10 Milliliter Flüssigkeit aufnimmt, okay. Wieso muss das unterschiedlich sein? Achso, weil das dann immer 5 höher sind wahrscheinlich, oder? Vermute ich jetzt mal. Ich hasse diese Minispiele. 5 more. Ja, ja. Und das sind dann 15, ne? Ja, ja. Dachte ich mir schon. Äh, mit F. Okay. Ist nicht schwer, aber... So, einmal hier raus. Ah, ne, muss ich F drücken. Äh, 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 äh. Ja. Was kommt jetzt? Also, kehre zurück. Also, remember that alcohol can affect the functioning of the entire body. Lass mich raten, dann springt der Strom wieder raus. I'll do the test later. I'd best not try my luck with the centrifuge right now. Now I removed the liver. Allo? Wiege die Leber auf der Waage. So, da. Wiege die Leber auf der Waage und lege sie dann auf das Schneidebrett. Ja, ich musste erst runtergehen, dann hochgehen, weil er nämlich nicht von Anfang an nach oben wollte und dann wieder runter. Von innen sauber. Die Leber ist grundsätzlich gesund. Wir wissen bereits, dass die Leber nicht Alkohol verabschiedet hat. Die Frage ist, was über Drugs oder andere substances? Ich gehe auf die Leber. Oh. Äh, markiere den Schaden. Hm. Hm. Und verursachen mal wieder einen Stromausfall. 15,70. Nicht 15,70? Jetzt doch was anderes. 15 Minuten, 70%. War doch... Wieso drücke ich immer Escape? War doch richtig. 70%. 70%. 15 Minuten. Aktion kann ich nicht... Ich kann mich jetzt gerade noch nicht mal mehr bewegen. Hallo? Äh, Leute? Äh, Leute? Ich kann nur rausgehen. Wieso kann ich nur rausgehen? Ich will da reingehen und was machen. Ah, jetzt. Also, 15 Minuten will er nicht annehmen. Stelle die richtigen Werte ein. Da steht doch immer noch 15 Minuten, 70%. Ah, wie, äh... Keine Ahnung, was das ist. Zwei Wochen, Stunden. Blutalkohol. Seite wechseln. Zehn Minuten, 75. Keine Ahnung. Och, jetzt kann ich mich hier wieder nicht bewegen. Och, pack doch nicht immer. Dann probieren wir mal die 10,75 aus. So, zehn Minuten. Okay. Moment. Im Rack? Ich dachte jetzt, das sollte heißen, im Labor. Ja, aber wahrscheinlich meinen die im Labor, oder? Ja, das Ding meinen die. Okay. Two samples this time. Six milliliters each. So, sechs Millimeter mit F. Äh, sechs Millimeter. Sechs Milliliter natürlich. Zack. Ja, ist schon unten. So, jetzt zwölf. Gleiches System natürlich. Und, zack. Und, ach so, muss ich wieder öffnen. Okay. Let's see how much of it we find. Hmm. Nothing surprising. Significant amounts of phenobarbital metabolites of hepatic origin. Looks like I'll have to check the contents of the deceased stomach. Na gut. Dann zurück zur Orthopsy. So, dann. Das schlappert immer noch so. I'm now cutting out the organ, which will move to the board for dissection. Okay. Wir sitzen hier in den Magen am Schneidebrett. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Ach so, ist schon drauf. Normalerweise, die Stomach und Intestinen sind voll von Surprises. Oh, ich hab nicht genug Platz hier, um die Maus zu bewegen. Könnt ihr das nicht kleiner machen? Leute. Ich weiß, man soll, glaube ich, nicht an die Wände rankommen. Aber was soll ich machen? Ich hab hier so wenig Platz, um die Maus zu bewegen. Ah, okay. Also doch. Ja, man weiß es leider nicht immer im Voraus, ne? Auch. Was soll, ist das Ding hier unten? Ach so, und den Dünndarm. Na toll. Wähle die Schädelsäge. Okay. Säge. Das war die Schädelsäge, ne? Äh, ich konnte es jetzt gerade nicht lesen, aber er hat gerade Jahre abbasiert, ne? Natürlich. 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 Ich meine, gut, dadurch, dass natürlich die ganzen Innereien, in Anführungszeichen, und das Blut nicht da ist. Ja, und warum machen wir es dann? Mal gucken, komme ich da direkt nach oben? Ja, diesmal ja. Ja, ist gut. Mach einfach weiter. Meine Unterlage ist eh kaputt. Ich kann eh nicht sagen, wo ich hinbekomme. Oh, nee. Eine Säge für den Hals. Brauchst du deine Tabletten? Hä? Ich hab doch gerade... Wollt ihr mich verarschen? Ich hab doch gerade die Brille aufgezogen. Ach so, die Säge sieht der hier nicht, oder was? Fragt Ridley, wo der Kellerschlüssel ist. Ja, wo zur Hölle ist Ridley? Soll ich den anrufen, oder... Weil wir haben ja das große Problem hier, dass anscheinend überhaupt niemand da ist. Anrufen nicht. Sonst würde mir das angezeigt werden, ne? Aber da ist doch sonst keiner. Toiletten. Hallo? Gibt es hier jemanden, der noch da ist? Muss ich vielleicht mit einem Toten sprechen, oder so? Weiß ja nicht, wer mit Ridley gemeint ist. In der Küche ist keiner. Ich höre hier doch irgendwas. Ach, das ist von Badezimmer, oder? Hallo? Ridley? Ridley? Wo bist du? Mr. Ridley? Ich brauche einen Schlüssel zum Basement. Es ist in der Social-Ruom. Warum ist die Schlüssel liegen... Ah, egal. Danke. Hey, Hermann. Hörst du über den Konvoi? Vielleicht bekommst du eine Chance, um deine Glühle-Däse zu retten und wieder zu retten, oder? Wir hoffen, dass das nicht in der Lage sein wird. Ridley, ich habe dich gefunden. Ich dachte immer, ich wäre hier ganz alleine. Er findet den Schlüssel für... Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, was er gesagt hat. Er ist im was? Oh, scheiße. Äh. Äh. Darf ich hier rein? Hallo? Mist, was hat er gerade gesagt? Ich war so happy, dass ich den gefunden habe. Dass ich gar nichts mitbekommen habe. Och, nee. Scheiße. Es tut mir leid. Leute, kann ich hier nochmal ansprechen? Das könnt ihr mir doch nicht antun. Hallo? I put it all... Was, was, was? Please return the key to basement. Scheiße, was hat er denn jetzt gesagt? Ich würde jetzt am liebsten mal eine Aufnahme... Oder hat er gesagt, Aufenthaltsraum oder so? Das zu stöbern? Hat er gesagt, Aufenthaltsraum? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt gerade echt sowas von gar nicht. Dadurch, dass das ja auch nicht übersetzt wird. Also, es wird schon übersetzt, aber halt jetzt nur vom Text her. Und ich mich so gefreut habe, dass ich den endlich mal sehen konnte. Finden konnte. Ah, zwei Knuffis. Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, was er gesagt hat, wo der ist. Ach, verdammt. Der hat aber gesagt, ich soll hier den Müll durchsuchen. Ach, hier. Oh, danke, 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 danke. Ich habe nicht aufgepasst. Ich schwöre, Besserung. Ist das hier der Keller? Wahrscheinlich nicht, ne? Können wir auch gar nicht rum. Du kannst auch nicht der Keller sein. Hä? Moment, wir sind in Amerika. Da muss ich jetzt nicht von außen in den Keller, oder? Aber hier komme ich doch nirgendwo hin. Das ist der Empfangsraum quasi. Hello? Ist da jemand, der mich umbringen will? Okay, hier komme ich anscheinend nirgendwo hin. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob er mich umbringen will, ne? Das ist ja auch noch so die Sache. Das wird ja nicht erklärt. Also kann ich auch keine Angst davor haben, dass er kommt. Ich merke nur, dass... Ach, da hinten ist der Keller. Ich merke halt nur, dass er vor ihm Angst hat. Oh, jetzt ist die Tür zu. Ja toll, jetzt renne ich extra nochmal zurück, um die Tür zuzumachen. Oder vielleicht ist er jetzt da reingegangen, hat die Tür zugemacht. Das kann natürlich auch sein. Das wäre nicht so schön, aber das könnte sein. Wir haben einen Gullideckel direkt hier im Vorgarten. Auch nicht schlecht. So. Genau, nimm die Säge. Der wird schon nicht im verschlossenen Keller sein. Keine Sorge. Alter. Da ist die Säge. Ach, den! Den habe ich gar nicht gesehen. Ich denke gerade, wieso erschreckt der sich jetzt? Kommt da jetzt was? Ich habe den gar nicht ersehen, sorry. Äh, gar nicht ersehen. Gar nicht gesehen. Es tut mir leid, Leute. Ich habe den Schreckeffekt komplett übersehen. Schauen wir uns doch mal eben hier im Keller um. Ach, damn Student-Lexers und ihre fucking Props. Ach so, ist eine Flasche da unten drunter. Naja, gut. Aber kann man so nichts mehr machen, ne? Ja, ist eine Elektrosäge. Das heißt, wenn der Typ jetzt kommt, kann ich den damit nicht verletzen. Definitiv. Kann ich die wieder zumachen hier? Eher nicht. Das ist geil. Ich kann den Keller aufmachen, aber nicht zumachen. Ja, lass mal die ganzen Leute in den Keller rein. Ist kein Thema. Okay. Hier hat auch wieder mal einer geraucht. Leute, was ist mit euch los? Rauchen ist schädlich für die Gesundheit. Fürs Baby sowieso, wenn man schwanger ist. Könnt ihr doch nicht einfach hier überall Aschenbecher stehen haben. Schnell zumachen. Und wenn hier ein potenzieller Massenmörder vorbeikommt, bitte erstmal hier vorne anmelden. Ja, danke. Brauchen wir noch Tabletten? Sollte ich jetzt welche nehmen, damit ich wieder ein bisschen runterkomme? Oder? Sorry for the short interruption. I hope you all took the opportunity to grab some coffee. And now that I have everything I need, I'll move on to a fueling the spinal cord. Achso. Ich muss was machen. Sag mir das doch. Oh, darf man wieder nicht zu schnell machen. Das sieht aus, als ob wir den Hintergrund... Achso, halt! Ja, ja, ja. A? Was? A und Space? A? Also A und Space, halt, äh, was brechen. Kehre zurück, ich bin doch schon da. Alter, was hast du für Probleme? Reiß dich doch mal zusammen. Hol mir halt nochmal eben deine Pillen. Holen wir uns nochmal einen Jumpscare-Effekt ab. Oder auch nicht. Besser. Können wir jetzt endlich mal unsere Arbeit machen hier. Was ist das denn? Haarbürste. Okay. Gut, warum auch nicht? Vielleicht ist das für die Haare von den Toten oder so. Vielleicht ist es auch für meine Haare, wenn ich mal wieder die Nacht durchgemacht habe und viel zu spät hier im Büro auftauche. Also im Büro, ne? Am Arbeitsplatz. So. Ja, also Selbstmord, nehme ich mal an, nicht, dass es absichtlich gemacht hat. Fremdverschulden auch nicht, außer vom Dealer aus gesehen. Überdosis, ja. Äh, achso, muss ich nochmal draufdrücken. Okay, dann war es quasi ein Unfall. Selbstmordversuch. Ja, aber selbst. Achso, nach dem ersten erfolglosen Selbstmordversuch. Achso, ja stimmt, das habe ich jetzt, äh, ja, also Selbstmord. Ja, ja, klar. Soller Unfall. Ich weiß nicht, wie ich heiße, aber das ist jetzt mein neuer Unterschluss. Und nun? Achso, schließe den Leichnam, Moment. Das war mit der, ne, stopp. Nein, ach, bleib doch mal da drin. Erst schließen und dann mit der Nadel machen, so. So, das. Hä, wieso muss ich jetzt so rummachen? Beim anderen war das doch auch nicht. Ich denke, die ganze Zeit, der redet mit dem Leichnam, aber klar, der redet ja mit der Kamera da hinten. Die habe ich komplett vergessen. Äh, schließen. Äh, schließen. So, Gott sei Dank. Hallo. Kamera. Hat er gerade schon gemacht, okay. Dann gehen wir zum Auto. Der Tag ist beendet. Keine übernatürlichen Vorkommen. Death and Ridleys reluctant attitude. Alright, maybe three things. My whiskey on the rocks when I get home. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.